Ich war heute beim Hofer Aldi, Südöselhofer, bei uns in Österreich heißt das Hofer, und habe mir ein TENS-EMS-Massagegerät gekauft. Und das brauche ich, weil ich da so Probleme habe mit meiner Wirbelsäule oder mit dem Knack, mit dem Genick, ja, und dann muss ich das ausprobieren. Und jetzt habe ich es gekauft und jetzt mache ich es einmal auf. Es ist noch ganz schön und eingepackt. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Also einmal die Batterien. Ja, dann das Gerät. Okay, dann können wir hinten dann die Batterien rein. Das ist ganz cool. Mit diesem Preis beim Hofer, das ist ja nicht einmal 20 Euro kostet, dieses Gerät, ist das natürlich sehr gut. Sehr guter Preis. Und jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen eine Verkühlung. Und jetzt muss ich natürlich, einen Moment, ganz kurz, jetzt muss ich das aufmachen. Dass ich, äh, dass ich da, okay, 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 ja, jetzt habe ich das ausgepackt. Und das sind die Anschlüsse hier, Stromanschlüsse für das Gerät. Und da können die Kanäle eingesteckt. Und jetzt, ah, meine Zähne. Okay, muss ich mal wieder hinlegen. Und, ah, die Batterien auspacken. Also, ihr könnt das mithören, weil ich habe ja keine, ich bin noch so arm, ich habe ja noch keine Helmkamera. Ich habe da noch kein Gerät und keinen, keinen Ständer. Und jetzt packe ich einmal die Akkus ein, da. Ah, die Batterien. Und jetzt sind die Batterien drinnen, drinnen. Jetzt hat es einmal gepiepst. Und jetzt machen wir dazu. Und jetzt schauen wir mal, ah, jetzt muss ich mal wieder hinlegen. Jetzt habe ich noch die Klebefolie entfernt. Oh, super. Das hat gepiepst. Jetzt kann man, glaube ich, da was einstellen. Und da kann man starten. Kann man die Zeile einstellen. Aber jetzt ist noch nichts angeschlossen. Ich muss einmal schauen, wie die Bedienungsanleitung ist. Dieses Gerät ist, von wem? Oh, kann ich nicht lesen. Oh, ich habe so ein schlechtes Handy. Oh. Ich muss, glaube ich, ein neues Handy kaufen bei Hofer. Ja, es macht ja nichts da. So schaut das Gerät aus. Und dann muss ich es am Körper probieren. Da kommt ja noch extra ein Video. Das war nur das Unboxing. Was ist hier drinnen? Oh. Ah. Hier sind die Klebepads. Die Klebepads sind dafür da, dass man sie dann auf den Körper drauf klebt. Und da ist noch ein zweites Bäckchen. Auch mit Klebelektroden. Sehr gut. Und hier ist dann natürlich die Beschreibung drinnen. Ah, jetzt hat es sich von selber ausgeschaltet. Das Gerät. Die Beschreibung. Was ist das? Hatzlnudlnudlnati Utzlmati. Okay. Ich weiß nicht, was das für Sprache ist. Masati Glyik, Glyik. Aber was ist das für Sprache? Kenne ich nicht. Wer diese Sprache kennt, muss man es sagen. Okay, das ist die falsche. Falsche Beschreibung in einer fremden Sprache. Nicht Deutsch, aber hier ist die richtige deutsche Sprache. Bedienungsanleitung, TENS, EMS und Massagegerät. Von Hofer oder Aldi Süd. Hersteller, Handelshaus Dietmann GmbH in Fuchsstadt, Deutschland. Drei Jahre Garantie. Sehr gut. Und wie das Gerät dann weiter funktioniert, das werde ich euch dann irgendwann einmal wieder mitteilen, wenn es angeschlossen ist und wenn es mich dann mit Strom erfüllt. So, das war jetzt einmal das Unboxing des TENS, EMS und Massagegerätes vom Hofer Aldi Süd. Und es funktioniert scheinbar. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. Ich bitte schauple die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.